ein Wohle zusammen ich bin ich noch nicht jetzt noch nicht so wie es aussieht doch jetzt mehr Spaß erstes Let's Play nicht wirklich Let's Play nur erstes Video und ich will gucken ob es wirklich funktioniert und alles und ich mach auch die Musik mal ein bisschen leiser damit ich mich besser versteht so besser auf jeden Fall gleich mal gucken, die Porsche kann ich nur kurz lassen da 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 obwohl läuft mir jetzt auch zu lange auf der Junk vorbei war ach ich mach mal lieber weg das ist ein schöneres Spiel meiner Meinung nach das war noch im Emulator aber es selbst so noch nie gehabt aber ich mag die neueren jetzt auch da hab ich sogar alle in Stock 3 ja alles super weiter so ja okay Start ich spiele immer mit Ness das ist ein schwieriger Charakter aber was soll's mach erstmal nur mit einem gegen, ne nicht gegen ach warum nicht gegen Kirby und los und ich spiele auf der Kirby-Stage wenn wir schon mal Kirby haben, ne auch so mag ich sie immer, die ist schön One One Two Autsch das kann man in dem Spiel schon das ist ja fies ne weiss nicht auf welcher Stufe, die sind also so hoch sind die nicht eingestellt um viel Stufe 3, 4 oder so ich will ja, das wird sich auch schaffen, mich nicht nur planieren aber ich eigentlich, denke ich bin schon ganz gut eh aber das ist ein Emulator ist, weil dafür... Aua dafür ist das echt schwierig ah ist nicht auch nicht getroffen wie gesagt war noch nicht ein bisschen Feuer Kirby vor uns am Hintern runter komm runter Boah oah ist kalb oah, das war aber dumm von Kirby und weg kommen ja solle weggeblendet gut wie tot vergessen unsicher am anfang sogar geschafft eiskalt jetzt wird tausend von den zehnten der tausend und kann nur 299 haben glaube ich zumindest bei smashbox so also super taktik wo man hochschwung einfach schlagen bäm und ist kalt Oh, das wäre jetzt aber peinlich gewesen. Oh. Oh. Boah, habe ich gerade gesehen, wie ich die böse Körbe geguckt habe? Voll extrem. Oh, scheiße. Oh, wer war nicht. Und immer mehr Prozent machen mit der gleichen Taktik. Oh, oh. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie du meinst, dass ich den Hammer nicht holt. Ja, den will ich doch gar nicht. Oh. Nein. Oh, so ein Scheiß. Ich war gerade so gut dran. Das könnte ich sogar noch verlieren, dass man Körbe jetzt da runterfällt. Boah, ist das ein Scheiße. Ich habe mich schon gefreut. Ja, ich bin gut in meinem ersten Let's Play. Ich bin ja kein Kram. Ich mache mich voll fertig. Und nein, ich darf doch nicht verlieren. Oh. Das ist doch nur Biber. Glückspilz. Nein. Oh, oh. Nein, ich muss nicht weiter oben bleiben. Scheiße. Na, komm schon. Komm schon. Doch. Und ich habe das Ding kaputt gemacht, statt Kirby. Der Angriff ist ziemlich unfair. Aber jetzt kann ich das eigentlich anders. Nein. Oh, nein. Oh, komm schon. Nein, ich will nicht. Oh. Puh. Ich will ja nicht getroffen, wenn ich das einmal brauche, ja. Ja, ich will ja nicht. BÄM! Voll in die Fresse gehauen. BÄM! Tja, ich bin eben toll. Ness wins. Ist ja eine super Statistik, wo man nur sehen kann, ob man Kau war oder nicht. Aber was soll's. Das war's für Sie jetzt über mir. Und... Wüssi, sag ich ja mal.